Auf Initiative der Freien Wähler wurde 2013 das Ehrenamt in die Bayerische Verfassung mit aufgenommen und hier wurde dargestellt, dass es eine ganz spezifische, wichtige Verpflichtung des Staates ist, das Ehrenamt zu unterstützen und zu fördern. Denn der Staat selber kann die vielen Leistungen, die das Ehrenamt erbringt, nicht selber schaffen. Und durch das Ehrenamt und die Menschen, die hier tätig sind, wird letztlich Heimat gestaltet, Heimat geschaffen und unser Land wird dadurch lebenswert. Ohne die Millionen Ehrenamtlichen wäre Bayern nicht lebensfähig. Es genügt aber nicht nur jetzt Dankeschön zu sagen. Wir müssen auch die Rahmenbedingungen ändern. Das beginnt zum Beispiel bei der finanziellen Unterstützung der Netzwerke und endet bei der Bürokratie. Deshalb freuen wir uns am Freitag auf unseren parlamentarischen Abend, wo wir viele kompetente Gesprächspartner eingeladen haben, die zu diesen brennenden Fragen Stellung nehmen. Denn das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.